Ich bin Charlene Vogler, die Assistant von der Quality Operations und kümmere mich um die administrativen und organisatorische Belange. Unter anderem bin ich zuständig fürs Bestellwesen, für Travel and Expense und unterstütze auch in kleinen Projekten. Ich habe meine Ausbildung als Industriekauffrau von 1996 bis 1999 bei der Firma Pfizer absolviert, habe aber dann die Firma verlassen, um noch Kenntnisse in anderen Branchen zu erlangen. Nach über 20 Jahren bin ich wieder zurückgekehrt aufgrund der überdurchschnittlich guten Rahmenbedingungen der Firma Pfizer, des Teamgeists, der Werte und des Abwechslungsreichs in meiner Rolle und ich habe Freude wieder da zu sein.